Servus Leute, Unterlöchen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch einfach mal zeigen, wie genau ich das Homeschooling von meiner Tochter plane. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ich bin hier in Trello und ich mag die App wirklich sehr. Ja, ich schreibe mir hier eine neue Liste. Einmal Montag, dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. So, jetzt könnte ich hier natürlich auch noch das Datum hinschreiben. Also morgen ist dann der Erste bei uns, also der Erste, Zweite. Dann haben wir die verschiedenen Fächer Deutsch, Mathe, Englisch, HSU. Ab und zu ist noch Kunst und Musik mit dabei, aber nicht immer. Das schreibe ich mir dann für jeden Tag einmal auf, also Deutsch. Wir bekommen von der Lehrkraft nämlich Samstag oder Sonntag, ich glaube diesmal war es am Samstag, eine E-Mail. Und in dieser E-Mail ist dann der Wochenplan komplett drin. Den schaue ich mir dann einfach einmal an. Wie gesagt, wir bekommen hier einmal ein Blatt, beziehungsweise, also wir bekommen hier einmal von der Lehrkraft dann immer zugeschickt, was genau die Kinder machen müssen. Jetzt habe ich hier einmal Montag und Deutsch und dann werde ich das Ganze markieren. Und am Montag den ersten, zweiten dann hier oben in der Beschreibung einfügen, was sie machen muss. Und hier unten dann noch eine Checkliste erstellen mit To-Do. Also Rechtschreibkartei, TZ muss sie machen, also weiter bearbeiten. Viertes Blatt, Reime und noch mehr Wörter mit TZ. Auf einem Block erledigen, dann hat sie das. Ich schreibe das bloß nochmal als Text hier oben, weil sie hat ihr eigenes Tablet, da kann sie nämlich nachgucken, was sie machen muss. Und dann kann sie das noch einmal sich in aller Ruhe durchlesen und nicht immer nur sich diese kurzen und knackigen Wortwitzen hier unten durchlesen. Aber das dient hier unten vor allem zum Abhaken, dass sie halt weiß, okay, das hat sie schon gemacht. Gut, auf dem Block dann Sternchenaufgabe, kannst du auf dem fünften Blatt noch Namen, Ups, Namen, Wort, Mensch, doch, Namen, Namen, Wort, Tonwort oder Wie-Wort. Dann die Anton-App, einmal die Aufgabe Sätze und Texte genau lesen, ja, das sollte ich vielleicht auch manchmal machen. Und dann noch einmal die Anton-App mit der Aufgabe Sätze vervollständigen. Habe ich das Ganze mit F geschrieben? Sätze vervollständigen und dann nochmal eine Checkliste für die Videokonferenz. Genau, da lesen sie miteinander und sie braucht den Lesetext der Regentropfen. Dann braucht sie noch ein Lineal und Buntstifte, beziehungsweise ein Buntstift. Und für den Rest braucht sie kein weiteres Arbeitsmaterial. Von dem her hat sie hier ihre To-Do für den Montag und was sie in der Videokonferenz dann braucht. Dazu werde ich jetzt noch den Link einfügen. Das kann man hier machen unter Anhang. Dann kann ich hier den Link einfügen und den Namen des Links, Videokonferenz, mach mal Deutsch. Und dann ist der Link hier drin. Da kannst du dann einfach draufklicken über ihr Tablet und dann an der Videokonferenz teilnehmen. So, in Mathe bekomme ich die Aufgaben dann immer am Montag. Das heißt, nicht digital, sondern als Blatt zugeschickt. Also die Lehrkraft kommt vorbei und tut uns das ganze Material in den Briefkasten reinschmeißen und nimmt dann auch an dem Tag das von der Vorwoche mit. Und da haben wir uns drauf geeinigt, weil wir in der Risikogruppe sind und wir gesagt haben, uns ist das Risiko auch einfach zu groß. Deswegen sind wir nicht in der Schule und gehen da auch nicht hin. Und ich finde es wirklich klasse, dass die Lehrkraft das da macht und uns da insoweit entgegenkommt. Ich habe auch gefragt, sie hat auch gemeint, das ist kein größerer Umstand für sie. Ja, und dann schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Also die Wasserwerkstatt geht in die nächste Runde. Also das heißt, ich habe dann hier in dem Anhang einmal den Link und das ist dann die Wasserwerkstatt. Und dann ist die schon mal angehängt. Also dann haben wir hier einmal die To-Do-Liste. Versuche, also mit Wasser forschen. Halt, schmarrig, nein, das ist ja der Überbegriff. Ah, 4.1, Wasser als Lösungsmittel, Tag 1. Also das ist dann in dieser Wasserwerkstatt. Das ist im Prinzip ähnlich aufgebaut wie Trello, die Wasserwerkstatt. Und dann ist hier halt immer Montag, Dienstag. Und da ist jetzt das wahrscheinlich von Tag 1, da ist es an Tag 1 da drin. Und Tag 2 ist dann das 4.2, schwimmt eine Büroklammer. Und ich glaube, dazu hatte ich letztens sogar mit ihr erst ein Video angeschaut gehabt. Ha, welch ein Zufall. Dann kann sie das gleich beantworten. So, und hier habe ich die Gänsefüßchen vergessen. Oder auch Schlusszeichen. Gehe für die Versuche wieder auf die Pelle. Also Versuch 1, zeichnen. Dann kann sie wirklich detailliert abhaken. Was sie machen muss, Versuch 2, zeichnen. Und dann muss sie noch die Arbeitsblätter bearbeiten. Also AB, Wasser als Lösungsmittel. Und dann nochmal ein AB mit Schwimmt eine Büroklammer. Okay. Dann habe ich auch das Fragezeichen vergessen. Gut. Dann haben wir HSU, Rechtschreibkartei, TZ. Weiter. Na gut, das Beu-In-Zuschrift steht ja oben. Ja, wobei doch. Rechtschreibkartei, machen wir es halt mal so. TZ, dann haben wir hier Blatt 6. Und dann nochmal Rechtschreibkartei, TZ. Und dann haben wir hier Blatt 7. Den Rest kannst du da sich dann angucken. Gut. Dann Sternchenaufgabe, Rechtschreibkartei. Ich bin viel zu schnell. TZ, Blatt 5. Und da die untere Aufgabe, zusammengesetzte Nomen. Okay. Dann haben wir Dienstag Deutsch erledigt. So. Nein, keine Ahnung. Ich brauche eine Checkliste. Einmal To-Do. Also, 4.3 kann eine Lupe auch aus Wasser sein. Und 4.4, Rosinen vor dem Ertrinken retten. Okay. Oh, Ertrinken. Ja. Dafür das R. Ertrinken retten. Gut, wir retten Rosinen vor dem Ertrinken. Ähm, bitte bearbeite, bitte passend zu den Versuchen. Wieder die Arbeitsblätter, die die gleiche Überschrift haben wie die Versuche. Also, dann haben wir wieder Arbeitsblatt, kann eine Lupe auch aus Wasser sein. Ich schreibe es lieber ausführlich hin. Dann das nächste Arbeitsblatt, Rosinen vor dem Ertrinken retten. Gut. So, dann trage ich das hier ein. Also, ich mache es trotzdem als, ich finde es irgendwie total schön, auch wenn es jetzt nur so etwas Kleines ist. Aber, man kann es dann abhaken und ich finde es einfach toll. Eftropin. Warte mal, das ist nochmal anders. Das schreiben wir jetzt hier oben hin. Weil, sie muss ja da nur das da machen. Also, das Geheft da bearbeiten. Und dann kann sie einmal die Seite 2, dann haben wir die Seite 3 und die Seite 4. Dann kann sie nämlich jedes Einzelnen abhaken. Und ich finde es immer voll schön und sie freut sich auch immer, wenn sie das abhaken kann. Von dem her mache ich das dann lieber so. Und dann freut sie sich. Ja. Und dann würde ich jetzt auch mal sagen, mache ich jetzt noch den Rest. Und dann zeige ich euch den Rest. So, also, ich bin jetzt fertig. Ich habe alles einmal von Montag bis Freitag komplett durchgemacht. Also, wie gesagt, Deutsch, HSU, Kunst und Musik, beziehungsweise auch Englisch. Da muss ich nun Memory dann machen. Das ist aber in dem Arbeitsmaterial dann mit beigelegt, was sie dann eben am Montag, also bei uns jetzt morgen, in den Briefkasten schmeißen, in der Früh. Mathe kann ich dann erst eintragen, wenn es soweit ist. Also, morgen dann. Da kann ich dann alles nochmal eintragen. Und ja, ich gehe jetzt nochmal ganz grob mit euch durch. Wie gesagt, in Deutsch, hier oben steht dann immer, was sie machen muss. Und hier unten sind dann die ganzen Sachen noch einmal aufgelistet, wo sie es dann in aller Ruhe abhaken kann. Genauso wie hier die Videokonferenz. Da muss ich dann einfach nur draufklicken. Und mit einem Klick ist sie dann dort bei der Videokonferenz. Und hier in HSU sind die Links auch mit beigefügt. Und wo hatte ich sie noch? Ich glaube, hier. Genau. Hier muss sie einmal, ich glaube, das war Sofa-Tutor. Nee, das war YouTube. Muss sie das Video angucken oder kann sie das Video angucken und dann die Materialien, beziehungsweise die Arbeitsblätter hier bearbeiten. Und hier in HSU habe ich dann nochmal die Wasserwerkstatt verlinkt, die sie da an dem Tag eben braucht, dass sie nicht nochmal suchen muss. Okay, wo ist sie denn? Und hier einmal das Video kann Wasser nach oben fließen. Das soll sie sich dann angucken, damit sie das bearbeiten kann. Und hier hat sie dann auch eben nochmal einen Link bekommen für Sofa-Tutor. Das soll sie sich dann anschauen, dann kann sie hier das alles bearbeiten. Also ich finde es wirklich super praktisch. Klar, es dauert ein bisschen, aber es ist wesentlich übersichtlicher. Und sie kommt damit super zurecht. Freut sich auch immer, wenn sie irgendetwas abhaken kann. Und dadurch, dass ich dann den Text hier oben noch mit beigefügt habe, ist es relativ selbsterklärend. Und ich muss nicht permanent bei ihr sein. Das ist für mich natürlich auch total entspannend, weil ich mich dann intensiver auch um den Kleinen und um meine Sachen kümmern kann. Ich möchte natürlich auch als Elternteil irgendwo ein bisschen Zeit für mich haben. Bin ich ganz ehrlich. Ja, genau. Von dem her, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich doch wissen mit einem Daumen nach oben. Und ein kostenloses Abo dürft ihr auch immer gerne hinterlassen. Und schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das Homeschooling derzeit plant. Und ja, ich hoffe ehrlich gesagt natürlich, dass es bald aufhört, das Homeschooling. Bis jetzt geht es ja noch bis Mitte Februar, also bis zum 12. Februar. Das sind jetzt noch die jetzige Woche, die dann sozusagen kommt. Also morgen für mich, wenn ihr das Video seht, hat die Woche schon längst angefangen. Und dann ist noch eine Woche. Und dann wird neu entschieden. Ich bin ja mal gespannt, ob dann zumindest Unterricht im Wechsel stattfindet. Wir werden es sehen. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Und ein kostenloses Abo dürft ihr natürlich auch mal gerne hinterlassen. Da freue ich mich wirklich sehr darauf. Und ja, dann würde ich auch mal sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.